Wolke Hegenbart, so eroberte sie ihre Liebesbeziehung zurück. Wolke Hegenbart, 42, ist 2019 zum ersten Mal Mutter geworden. Im Rahmen der Berlinale Opening Night von Gala. RTL und Ufa Deutschland sprach sie nun ganz offen darüber, dass das erste Jahr mit Sohn Avi. 3. Alles andere als einfach war. Extremer Schlafmangel quälten sie und ihren Verlobten Oliver Veith. 36, es ging so weit, dass sie als Individuum gar nicht mehr existierte. Unter dieser schwierigen Situation litt auch ihre Beziehung. Konnte das Paar diese herausfordernde Phase nun hinter sich lassen? Im Interview gegenüber Gala verriet Wolke, wo sie und Oliver jetzt stehen. Wie geht es der Schauspielerin jetzt, zwei Jahre nach der wohlkräftezerensten Zeit ihres Lebens? Bei der Berlin Opening Night erzählte Wolke. Wie sie und ihr Verlobter wieder mehr zueinander gefunden haben. Auch ihre Hochzeit steht noch im Raum. Wie weit sie mit deren Planung fortgeschritten sind, sehen Sie im Interview.